Also ich hatte immer Förderer, die an mich geglaubt haben, bevor ich selbst an mich geglaubt habe. Und da war also Engelbert am Anfang, Engelbert von Nordhausen, den ich auch vom Theater kannte, beziehungsweise aus der Theaterkantine, weil er damals die Kneipe hatte und da selbst gezapft hat. Und da trafen sich nach den Vorstellungen die ganzen Kollegen vom Renaissance-Theater, von der Tribüne und vom Schiller-Theater und so. Und der war ja ganz dicke drin und der hat mich dann besetzt auf, das war eine Zeichentrick-Serie, Turbo Teen. Turbo Teen. Und das war also ein Zeichentrick-Teenager, der sich in ein Auto verwandelt. Und ja, das war meine erste Serienrolle. Und dann kam ziemlich schnell 21 Jump Street. Dieter B. Gerlach, der auch sehr an mich geglaubt hat. Ich war also das vollige Greenhorn, hatte keine Ahnung. Aber bei Dieter B., ich sage immer so gerne, es war Synchron-Bundeswehr, weil er so einen gewissen Ton hat. Kein Mensch hat was von Pause gesagt. Und so eine Sätze, die einen sehr schnell verunsichern. Aber man hat es dann gelernt, über die Jahre damit umzugehen. Was machst du lieber, Synchron oder Theater? Wenn du dich jetzt nochmal entscheiden müsstest, was machst du lieber? Also früher hätte ich gesagt, Theater. Sofort. Jederzeit. Hau mir ab mit Synchron. Genau. Aber selbst, als ich Synchron gemacht hätte, hätte ich immer noch gesagt, lieber Theater und ich möchte gerne wieder Theater spielen. Aber mittlerweile habe ich ein ganz angenehmes Standing im Synchron. Also kriege sehr schöne Rollen. Also Rollen, die ich als Schauspieler nie spielen dürfte oder könnte oder nicht mal im Ansatz in Frage kommen würde. Und ich habe da so meine Nische mittlerweile im Synchron, wo ich sehr glücklich bin und eigentlich mittlerweile lieber Synchron mache. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich dann auch Regisseur werden, aber ich habe gemerkt, wie anstrengend das ist. Erstens, weil ich keine Bücher schreiben wollte. Und es dankt ja keiner, weil ich bin so ein Fummelbruder, der dann auch immer die kleine Pfeile ansetzt. Mach mal noch eine. Hör nochmal rein. Und es dauert dann und dauert. Und ich habe irgendwann gemerkt, es macht dann doch mehr Spaß zu spielen, zu sprechen und dann zu sagen, okay, tschüss, der Job ist erledigt und feierabend. Mittlerweile hast du den Affleck ja in über 30 Filmen gesprochen. Was macht sein Spiel aus? Also sagen wir mal so, ich mag Ben Affleck sehr gerne, so als Schauspieler. Aber er hatte natürlich das Image früher als schlechter Schauspieler. Auch in Amerika war das ja immer, wenn man gesagt hat, ein schlechter Schauspieler war immer das Beispiel Ben Affleck, weil er halt schön war und nicht so gespielt hat wie Matt Damon, der viel mehr Spieler war. Aber der hat dann irgendwann am Anfang diese Schönling-Rollen gemacht und dann hat er aber in den Rollen so angefangen, dass er das aufs Korn genommen hat, sein Schönheits-Image und alles. Und da merkt man dann schon so eine Entwicklung, dass er nicht da stehen bleiben wollte, einfach nur der hübsche Junge und so, obwohl er da immer wieder Rückschritte hat und so. Aber eigentlich versucht er sich immer weiter zu entwickeln. Das finde ich reizvoll. Chief Jim Hopper. David Harbour. David Harbour in Stranger Things. Ja. Wie findest du die Kombination aus Sci-Fi und 80er-Jahre-Romantik? Wie findest du die Serie? Also erstmal finde ich diesen David Harbour super. Ist einer meiner Lieblinge, von denen ich spreche. Weil der auch sowas Unberechenbares hat. Der ist immer irgendwie ein bisschen anders. Und ich hab den vorher schon in Filmen und in Serien gesprochen und dann kam plötzlich Stranger Things und es wird ja alles in Hamburg aufgenommen, die komplette Serie. Und ich bin der einzige Berliner da drin und wusste erstmal gar nicht, was das ist und so. Und finde diese 80er-Ästhetik natürlich super, weil es sieht aus wie in einem alten Spielberg-Film, so wie bei E.T. und so. Und man sich selbst daran erinnert, so an die 80er. Und ja, cool, cool, einfach cool. Der spielt manchmal, dass du auch sagst, wie willst du denn das synchronisieren? Und mal ist er genau meine Stimmlage, mal nimmt er 20 Kilo zu und dann musst du viel tiefer rangehen. Und da hatte ich schon Angst, wenn er jetzt so dick bleibt mit Vollbart, verliere ich ihn. Stresst das deine Stimme, wenn du so drücken musst? Nö, ich versuche ja nicht zu drücken, sondern einfach in eine tiefere zu kommen irgendwie.